Anni, was suchst du? Wo ist er? Du hast schon so eine kleine Tasche und da haben auch noch so viel da drin. Niemann. Du verstehst es nicht, ich bist ein Typ. Das ist doch echt cool, ja. Moin, alles gut von dir. Ja, aber ich auch. Ja klar. Ähm... Okay. Ich bin mir im Tor von hier. Grabe dich so ein Typ, nicht so schön. Ja, aber ich wie erzählt bin dort. Du hast j aids in den Abednader-E Shit. Was ich sicher nicht?